Bruck ist eine Stadt der Begegnung und eine Stätte der Auseinandersetzung mit kulturellen Werten. Entsprechend bunt ist daher die Ballette des Kulturangebots. Viele Galerien, Veranstaltungsorte, ein Theater und als Zentrum der Kultur in der Stadt das völlig neu renovierte Kulturhaus mit dem Stadtsaal und der Kulturhausgalerie. Darüber hinaus ist das Kulturhaus auch das Veranstaltungszentrum in Bruck. Vorträge, Seminare oder Schulungen, das Kulturhaus ist Zentrum des geistigen Lebens. Aber das Kulturgeschehen macht keinesfalls Vermauernhalt. Wie vieles in Bruck wird auch Kultur in der ganzen Stadt gelebt. Konzerte in den Kirchen, so wie hier in der Stadtpfarrkirche, in den Innenhöfen, so wie hier im Rathaus oder Großveranstaltungen am Hauptplatz. Kultur verbindet Menschen. Bruck an der Mur.